Servus, mein Name ist Markus Semmer. Ich bin Koch und Camping-Küchen-Experte. Ich verbringe selber wahnsinnig viel Zeit auf der Straße und schlafe oft in meinem Fahrzeug. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich euch das Leben hier im Fahrzeug leichter machen kann. Schnelle und einfache Gerichte. Ihr müsst auch nicht mal auf euer Frühstück verzichten, wenn es draußen regnet. Wir machen heute Pancakes mit Blaubeeren. Für eure Pancakes braucht ihr eine Tasse Mehl, zwei Eier, eine Tasse Milch und ein Esslöffel Rohrzucker, ein Päckchen Backpulver, eine Prise Salz und ein bisschen Öl. Den Teig könnt ihr natürlich zu Hause vorbereiten. Ist wirklich richtig einfach, das Mehl in eine Schüssel geben, mit Milch glatt rühren, die Eier und alle anderen Zutaten dazugeben, ordentlich verrühren, schön quellen lassen, in eine Flasche am besten abfüllen. Diese Flasche könnt ihr euch im Fahrerhaus in den Kühlschrank stellen und dann einfach direkt aus der Flasche den Teig dann in eure Pfanne gießen. Also ihr seht schon, eigentlich ist es gar nicht viel, was man braucht. Bevor wir das Gas anzünden, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass das Fenster offen ist, damit ihr euch hier keine Kohlenmonoxidvergiftung holt. Jetzt brennt er schon und damit ihr keine Sauereien, keine Spritzerei habt, reicht es wirklich, wenn ihr ein bisschen Öl auf ein Stück Küchenrolle gebt und die Pfanne einmal kurz damit ausreibt. Und das Tuch könnt ihr auch immer wieder verwenden für die nächsten Pancake. Das lege ich mir jetzt hier irgendwo hin. Jetzt ordentlich aufschütteln den Teig. Pfanne drauf, Teig rein, ein bisschen aufdrehen. Jetzt brauchen wir die Blaubeeren. Die Blaubeeren ruhig hier in den Teig reinschmeißen. Jetzt keine Angst vorm Umdrehen. Zack. Oh, riecht das geil. Super. Ungefähr ein, zwei Minuten noch. Dann drehen wir nochmal um und dann drauf auf den Teller. Schaut mal, die Beeren, die sind jetzt schon so ein bisschen geschmolzen hier drin. Das riecht wirklich richtig, richtig geil. Und jetzt ziehe ich hier nur den Pancake auf den Teller, klappe ihn mir einmal ein, mache den Ofen aus und kann loslegen mit meinem Frühstück. guten Appetit. Guten Appetit. Mh. Alter, ist das lecker. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.